Hier sehen Sie das Hotel Rio Caia in Beleg. Vom Strand aus. Das ist Club. Nebendran hier direkt ist das Rio Club Hotel. Vom Strand, vom Meer her. Purer Sandstrand. Raumhaft schön. Wir haben garantiert 20 Grad heute. Und wenn man die Landschaft hier noch berechnet, die Schneeberge, ist es einfach ein Raum. Man kann auch schön im Januar mal einen Stornperziergang machen. Man kann sich ein bisschen sonnen, ein bisschen entspannen.